Thema dieses Films ist der Quintenzirkel. Der Quintenzirkel gibt Auskunft über die Verwandtschaft von Tonarten und ist ein Hilfsmittel zum Bilden von Tonleitern. Die Dur- und Moll-Tonleitern werden, vom Grundton ausgehend, durch eine bestimmte Abfolge unterschiedlicher Tonabstände gebildet. Je nach Tonleiter werden dabei einzelne Stammtöne erhöht oder erniedrigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017